E-Biken Hi liebe Leute! E-Biken macht tierisch Spaß, aber häufig tut irgendwas weh nach einer langen Tour oder schon während der Tour. Um Schmerzen beim E-Biken zu vermeiden, sollte man sich schon beim Kauf des E-Bikes beraten lassen, ausmessen lassen und dann wird das E-Bike auf einen persönlich eingestellt und nicht andersrum, dass man sich auf ein Rad einstellen muss. Als erstes ist es wichtig, dass die Sitzpositionen auf die eigenen Körpermaße und die eigenen Vorlieben und den Einsatzbereich optimiert werden. Sprich, wenn man es eher so mag, dass man aufrecht sitzt und komfortabel, kann man mit dem Vorbau spielen. Es gibt justierbare Vorbauten, wo man einstellen kann, wie der Winkel sein soll. Ebenfalls kann man die Höhe des Cockpits ganz einfach justieren. Wichtig ist, dass die Griffe und der Lenker auch ergonomisch passen. Sprich, wenn einem der Lenker zu gerade ist, kann man auch ein Modell nehmen, was mehr nach hinten geneigt ist oder mehr nach oben geneigt ist. Schmerzen im Handgelenk, taube Finger oder Verspannung im Nacken hängen oft damit zusammen, dass man sich angewöhnt hat, mit dem Körpergewicht auf dem Lenker stützend zu fahren. Diese Angewohnheit kann man korrigieren, indem man die Rumpfmuskulatur anspannt und das Körpergewicht auf den Sattel nimmt, sodass man an dem Handgelenk am Lenker schön locker ist. Achtet bitte darauf, dass bei eurem E-Bike die Sattelhöhe korrekt eingestellt ist. Wenn der Sattel zu niedrig ist, fühlt man sich vielleicht erstmal wohler, weil man näher am Boden ist, doch es treten Kniebeschwerden auf und man tritt überhaupt nicht effizient. Beim E-Bike natürlich ein riesiges Thema, der Po tut weh. Warum? Der Sattel, der serienmäßig auf dem E-Bike war, passt nicht. Bitte bleibt anspruchsvoll, probiert mehrere Sattelmodelle aus, ergonomische Modelle, lasst euren Sitzknochen Abstand abmessen und achtet darauf, dass ihr eine gute Polsterhose beim E-Biken tragt. Um den Rücken zu schonen und komfortabler zu sitzen, eignen sich gefederte Sattelstützen enorm. Dabei gibt es Teleskopvarianten und Parallelogramm-Sattelstützen, die noch mehr Federweg und Komfort bieten. Wenn ihr bei langen Touren oft Beschwerden im Rücken und anderen Bereichen habt, achtet darauf, bitte macht Pausen. Und wenn ihr im Sitzen fahrt, immer mal wieder in eine stehende Position gehen, um die Monotonie des Sitzens zu unterbrechen. Das waren ein paar Tipps von mir für ergonomisches Radfahren ohne Schmerzen. Und bitte, akzeptiert es nicht, wenn euch beim Radfahren irgendwas wehtut, sondern findet den Grund, tauscht das gewisse Teil am Rad aus und dann werdet ihr einfach viel mehr Spaß beim E-Biken haben. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Hi liebe Leute, hier ist Marc und heute geht es zwar auch um Fahrtechnik in unserem Video, aber es geht auch darum, dass ihr einfach schmerzfrei biken könnt. Wenn es um das schmerzfreie Biken geht, haben wir natürlich mehrere Problemzonen, die ich euch jetzt mal zeigen will und dann auch erklären will, was könnt ihr da ändern, um schmerzfrei unterwegs zu sein. Ganz klar ein Klassiker der Sattel. Das heißt, die Leute haben an ihrem Mountainbike, das sie gekauft haben, Sattel dran, den lassen sie dran und versuchen sich an den Sattel anzupassen. Doch bei längeren Touren haben sie dann immer Probleme. Schmerzen hin von eingeschlafene Genitalien oder auch einfach nur Druckschmerz oder halt durch Scheuern, das ist ja Rötung und das ist alles sehr ungenehm genehm. Klar ist, das ist meistens der falsche Sattel. Schlussfolgerung, wer den falschen Sattel dran hat und das ist in den meisten Fällen so, muss natürlich jetzt losgehen und den richtigen Sattel suchen. Das heißt, beim Händler den Sitzknochenabstand messen lassen, dann verschiedene Modelle mal ausprobieren, um herauszufinden, welches Modell passt mir sehr gut. Ein guter Händler sollte euch auch gut beraten und dann könnt ihr das Modell finden, was wirklich sorgenfrei ist, dass ihr auch mal längere Touren bis hin zur Transalp schmerzfrei fahren könnt. Wenn ihr werdet merken, nichts ist dober als eine Mehrtagestour, wo man am nächsten Tag einfach sich nicht mehr auf den Sattel setzen kann. Bleibt anschlussvoll, wählt den richtigen Sattel für euch individuell. Der richtige Sattel ist wichtig, doch auch sonst können in dem Bereich Probleme entstehen, zum Beispiel fahren sehr viele mit der falschen Sattelhöhe. Sprich, der Sattel ist nicht von der Höhe angepasst worden an die Beinlänge, an die Körpergrößen und dann hat man natürlich Probleme, wenn der Sattel zu niedrig ist, kann man Knieschmerzen bekommen, wenn der Sattel zu hoch ist, vielleicht dann doch wieder Sitzprobleme. Deswegen sollte man das ausmessen, das kann man auch beim Händler machen, sich kompetent beraten lassen. Es gibt aber auch eine goldene Regel, die man testen kann, wenn man sich auf das Fahrrad setzt, die eine Ferse auf die Pedalmitte stellt und dieses Bein dann durchstreckt, dann hat man die richtige Höhe, wenn man es durchstrecken kann. Schaut euch das einfach mal an, dass ihr euch die richtige Höhe einstellt. Meiner Meinung nach ganz, ganz verbreitet, fast die Nummer 1 der Probleme. Die Leute haben sich einfach angewöhnt, dass sie, wenn sie im Sitzen fahren, Strecke machen, von A nach B gute Kilometer sammeln, dass sie dann sich mit den Händen auf den Lenker draufstützen. Oft noch mit abgeknicktem Handgelenk. Das Worst-Case-Szenario ist, dass ihr dann eingeschlafenen Finger bekommt. Auch sonst ist es sehr unangenehm, wenn ihr auf den Lenker gestützt seid, werden eure Muskeln in den Armen sehr schnell müde. Und es geht auch sehr in den Nacken, das heißt, man hat da auch irgendwann Verspannungen. Die Lösung, rollt ihr einfach mal im Sitzen, dann lehnt euch mal bewusst mit den Händen bis auf den Lenker und dann wechselt ihr die Belastung von den Lenker, Hände, auf den Po, Sattel. Dann werdet ihr merken, wenn ihr die Rumpfmuskulatur anspannt, könnt ihr auch auf dem Sattel voll sitzen und am Lenker schon locker sein. Ganz wichtig, gewöhnt euch das ab, dass ihr mit Last auf den Lenker gestützt seid. Es gibt natürlich auch wirklich Härtefälle und das sind gar nicht mal so wenig, die viele Probleme haben. Ganz nervig ist zum Beispiel ein Fußschläft ein, die Finger schlafen ein, Verspannungen, Rückenschmerzen, alles mögliche. Das heißt, wenn man alles getan hat, was man so machen kann, wenn man sich informiert hat und man immer noch Probleme hat, sollte man zu einem Bikefitting gehen. Da wird man ausgemessen und dann werden die Feinheiten ajustiert. Muss man einen anderen Vorbau, anderen Lenker oder muss der Sattel etwas nach vorne, nach hinten geschoben werden. Dieser Workshop bei einem Bikefitting wird euch helfen, dass ihr euer Rad auf euch eingestellt bekommt. Und wenn ich Leute Biken sehe, habe ich oft den Eindruck, viele treten sehr harte Gänge. Und da ist natürlich das Problem, dass man, wenn man eh ein bisschen vorgeschädigt ist am Knie oder so, oder Kniebeschwerden hat, dass man dann auch diese wiederkriegt, weil man einfach so viel Last hat beim Treten. Ich empfehle eine höhere Trittfrequenz mit weniger Last. Das waren ein paar grundlegende Basic-Tipps von mir jetzt. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich drauf. Bis dann. Bis dann. Bis dann.